Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hi, willkommen zum zweiten Teil der Mose. Heute braucht ihr relativ wenig Vorwissen. Wenn ihr den ersten Teil zu den Mosen gesehen habt, seid ihr schon recht gut vorbereitet. Dennoch müsst ihr gut aufpassen, denn es gibt sehr viel Neues. Es ist euch bekannt, dass Mose nicht zu den Spross- und Samenpflanzen gehören, weil sie im Stämmchen nicht über ausgeprägte Leitgefäße verfügen. Da sie keine Wurzeln haben, nehmen sie Wasser über die Blätter auf. Die Wasserspeicherung erfolgt zwischen den Blättchen und zwischen den Blättchen und den Stämmchen. Auf dem Foto sind die glänzenden Wassertropfen zu sehen, die aufgesaugt werden. Das Wasser wird kapillar festgehalten und lässt die Mose mit den entfalteten Blättern ergrünen. Das ist hier gut zu sehen. Mein Ziel ist es, die Bedeutung der Mose im Allgemeinen und den Generationswechsel bei Lebermosen möglichst einfach zu erklären. Beginnen wir mit der Bedeutung der Mose, die ich am Beispiel der Laubmose herausstellen möchte. Mit diesem Zypressenmoos habe ich ein kleines Experiment durchgeführt. Ich wollte das Wasseraufnahmevermögen ermitteln. Trocken wiegen die ausgewählten Stämmchen mit Blättern 2,03 Gramm. Dann tropfte ich mit der Pipette Wasser auf die Blättchen, bis keines mehr aufgesaugt wurde. Das mit Wasser gesättigte Moos wog nun 12,31 Gramm. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.